Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 1977 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Das Objekt befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Die Wohnung ist stufenlos zugänglich. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 47 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 175.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.